Weiter geht es mit dem XD-Dias Instant. Dieses Tischtennisset bietet sich ideal für Tischtennisspiele in der Schule, zu Hause, im Sportclub oder im Büro an. Die Pedal der Schläger sind mit 2 mm starkem, hochelastischem Schwamm und doppelseitigem Premium-Gummi beidseitig beklebt. Der Belag bietet hervorragende Kontrolle beim Angriff und beim Defensivspiel. Das Seitenband des Schlägers besteht aus abriebfestem Schwamm, was den Verschleiß der Schlägerkante durch unregelmäßige Bewegungen oder Stöße mit dem Schläger reduziert. Der konisch-förmige Griff sorgt für einen perfekten Griff. Der spezielle Belag sorgt dagegen für einen stabilen und rutschfesten Halt. In dem Griff ist Carbon verarbeitet, was auch für einen abrutschfesten Griff sorgt und die Ermüdungserscheinungen reduziert. Der Schläger besteht insgesamt aus 7 Schichten Holz, die miteinander fest verklebt sind. Im Set findet ihr neben den 4 Tischtennisschlägern auch 8 Bälle und ein Tischtennisnetz samt Halterung.